4-4-2. Was ist das? Eine Aufstellung für Fußball? Nein, es ist die perfekte Atemtechnik, wenn du in den Schlaf kommen willst. Es gibt verschiedene Formen, nur das ist wirklich meine Atemtechnik, die bei mir alles verändert hat. Die kannst du machen, ungefähr 20-30 Minuten, bevor du schlafen gehst, unter der warmen Dusche mit Augen zu. Aber am besten funktioniert sie, wenn du im Bett liegst. Und wie geht 4-4-2? 4-4-2 funktioniert so, du nimmst nur deine Nase zum Atmen und du atmest 4 Sekunden ein, 4 Sekunden aus und dann nur 2 Sekunden Pause. Warum funktionieren die anderen Atemtechniken bei vielen nicht so gut? Weil, wenn du deinen Atem stoppst, wenn du nicht genügend Sauerstoff in dein Gehirn lässt und in deinen Körper, dann gerät dein Körper mit Cortisoleinwirkung in den Fluchtmodus. Dann fährt dein Körper hoch, unbewusst. Und deswegen sage ich dir, mit dieser 4-4-2-Taktik, 4 Sekunden durch die Nase tief einatmen, 4 Sekunden entspannt ausatmen und nur 2 Sekunden stoppen, hast du wirklich die perfekte Einschlaftechnik. Ich brauche ungefähr nur 10 Atemtechniken in dieser Art, dann bin ich schon weg. Und wenn du mehr zum Thema Schlafen wissen willst, habe ich eine sehr coole Reihe für dich. Schau dir das an und gib mir dein Feedback.